Musik Wohin fahren wir Martin? Wir fahren nach Chorice Hallo Martin, was machst du gerade? Wir bauen ein Motorrad zusammen. Wir bauen einen Schrotthaufen zu einem Motorrad zusammen. Damit das Ding auch abgenommen wird. Wir bauen einen Motorrad zusammen. Wir bauen einen Motorrad zusammen. Wir bauen einen Motorrad zusammen. Was macht man am besten, wenn es regnet in Horritsche? Ja, Bier trinken! Cooles T-Shirt hast du auf jeden Fall. Danke! Fällt mir. Wird das jetzt in Thumbnail? Vor 5 Minuten sind die dann noch runtergedonnert und jetzt ist das ein Fußgängerweg. Nun, Horritsche. Das ist das, was ich? 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 Dann cuts Pfeifle. Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 15. 16. Wie ist denn das Team? So einen halben Liter in einer Minute auf jeden Fall. Mit der Power hier. Mit der Power. Look there. Mit der Power haben wir das Ding gewonnen. Sind wir dritter geworden, nicht gewonnen. Mit der Power. Krass. Bestimmt 200 Pes oder so? Ja, die sind Pedalen. Jungs. Man nennt uns auch die Don-Promilos. Ich werde wieder meiner Frauenrolle gerecht. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt hast du... Vor allem du bist knallrot. Du bist knallrot. Du bist knallrot. Nein. Bist du nervös? Jasmin? Bist du ein bisschen rot.